Wir haben für Ihren Respekt zusammengespräch. Ich hoffe an wegen der Corona-Massentests. Wir machen gerade einen zufälligen Corona-Schnelltest am Telefon. Haben Sie kurz Zeit? Der Corona-Schnelltest der Telefon dauert nur 30 Sekunden. Dann wissen wir das Ergebnis. Und geht schon los. In der Stadt ist das Covid-Virus als erstes aufgetauscht. Wo? Und jeder. Und wie ist das vollständig zur Pandemie? Ist das Corona-B-Pandemie? Den Zeitraum zwischen Intentionen und den ersten Symptomen nennt man? Die Inkubationszeit. Was heißt Superspreader für Englisch? Was heißt Superspreader für Englisch? Was heißt Superspreader für Englisch? Also heute ist Homeschooling-Lockdown-Sing? Das war der Haupt-Hörner. Die Zeit ist aus. So, die Auswertung. Ein halbes von eins, zwei, drei, fünf. Corona-Schnelltest negativ. Sie müssen jetzt bitte 10 Tage in die Ernkarantäne. Was hat das mit dem Corona-Test? Gut, der Test macht 89 Euro. So. Ja, ich schicke Ihnen den Alarm-Sing so. Der Alarm-Sing ist 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 so. Ja, ich hab mir, aber sie haben halt vorgelegt. Nein, das ist voll mit dem Kompeten. Aber Sie sind so über. Eine bis path? Nein. Der Start läuft aber nicht. Ganzer bis. Ja. Mit du? Mit du? Ich kann nicht nachdem. Ich kann nicht nachdem. Ich kann nicht nachdem ich mich nachdem. Ich kann nicht nachdem. Ich kann nicht nachdem. Ich kann nicht nachdem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017